Firmung, Firmung, Firmung. Hm, was bedeutet eigentlich Firmung? Kirchberg, Kirchberg, Kirchberg TV Hallo und herzlich willkommen bei Kirchberg TV. Schön, dass du reingeklickt hast. Das Sakrament der Firmung ist etwas ganz Besonderes. Bei der Firmung wurden zwei Ja's gesprochen. Das erste Ja kommt von Gott. Gott sagt Ja zu jedem Einzelnen. Diese absolute Annahme stärkt euren Rücken. Ihr seid bestärkte, begleitete Menschen durch den Heiligen Geist. Mit diesem Wissen können wir Menschen zuversichtlich, mutig und gelassen durchs Leben gehen. Mit allen Höhen und Tiefen. Das zweite Ja kommt von euch. Es ist die freiwillige und selbstständige Wiederholung des Ja's eurer Eltern bei der Taufe. Damit sagt ihr bewusst Ja zu Gott, zum Glauben und zur Kirche. Bei der Firmung treffen also ein himmlisches und ein irdisches Ja aufeinander. Was für ein kosmologisches Ereignis. Was Jugendliche selbst zum Sakrament der Firmung sagen, das hört ihr jetzt. Ich bin Fabian. Ich bin Daniel. Und wir haben uns firmen lassen, weil... Dann selbst an trüben regnerischen Tagen die göttliche Sonne in uns scheint. Hallo, ich bin der Julian. Und ich habe mich firmen lassen, weil der Glauben meinen Durst nach dem Heiligen Geist löscht. Ich bin Lukas. Und ich bin Jonas. Und wir haben uns firmen lassen, weil uns Gott kraftvolles Leben schenkt. Und ich bin die Angela und habe mich firmen lassen, weil Gott mir Vertrauen für mein Leben geschenkt hat. Wir haben uns firmen lassen. Weil Glaube und Kirche einfach nur Spaß machen. Ihr habt es gehört. Firmung ist genial. Wir drei machen jetzt Platz für euren Firmrap. Viel Spaß. Liebe Firmlinge, es ist wunderbar. Ihr sagt zum Glauben, zur Kirche und zu Gott. Ja klar. Die Firmung ist euch wichtig. Das finde ich absolut richtig. Yeah. Wettbewerb. 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 Vielen Dank.